Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich höre oft die Klage, dass man die Sprache der Politik nicht versteht. Ich kann das gar nicht begreifen. Jetzt passen Sie doch mal ganz gut auf, ja? Na, ich bin mir leid, war nur ein paar Tage, weil es sich nur nicht hier an der Süden wäre. Diese Persönlichkeit war eine Behördung. Wir haben schnau' ich da, dass ich jedoch bezieht. Ich bin mir leid, 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 ich bin mir leid. Ich bin mir leid, 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 ich Haben Sie es jetzt verstanden?